Dieses Privatvideo erhitzt die Gemüter, aufgenommen im Doggy House in Offenbach. Zu sehen ist Manuela Kessler, die Chefin. Ein neuer Hund soll eingewöhnt werden. Was ist das? Was? Was ist hier los? Diese Rütteldose ist der Stein des Anstoßes. Methoden wie im Mittelalter, Angstmache. Dieser Hundebesitzer, der nicht erkannt werden möchte, will sein Tier dort nicht mehr abgeben. Angeblich würde der Hund eine Wesensveränderung an den Tag legen. Der Hund war dort zweimal die Woche, den ganzen Tag. Mein Hund war ängstlich und panisch und er hat auf Geräusche reagiert. Außerdem hat er sein Futter verweigert, er hat nicht mehr gefressen. Wenn ich mit ihm spazieren ging, wurde er immer panischer. Mein Hund war fast nicht mehr zu halten. Das Doggy House darf offiziell 148 Hunde halten. Der Einsatz von Rütteldosen ist nicht ungewöhnlich, aber umstritten, sagt Tierärztin Katja Feuerbacher, die sich das Video angesehen hat. In meinen Augen ist es etwas ganz Veraltetes und das macht man nicht mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass das noch oft so durchgeführt wird, aber das ist halt einfach nur Kontrolle über den Hund und Angst machen. Ich finde, Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber für den Hund und für den Moment vielleicht auch gut. Aber was ist, wenn man den Hund wieder vermittelt hat oder wenn er bei seinen normalen Besitzern ist, die nicht so dominant sind wie die Dame in dem Video. Ich arbeite zum Beispiel nach dem Ulf-Philippa-Konzept. Das ist eine Umkehrpsychologie und das hat was mit Konstanz zu tun. Und auch damit zu tun, dass man ein bestimmtes Verhalten zeigt, aber dass der Besitzer eben ein Verhalten zeigt. Und dass man nicht einfach den Hund verändert, sondern dass man praktisch selbst sich reflektiert. Wir fahren nach Offenbach und besuchen Manuela Kessler. Seit 15 Jahren betreibt sie die Hundetagesbetreuung. Sie rechtfertigt den Einsatz der Rütteldose. Vielleicht fünf Minuten vorher habe ich den kennengelernt. Das heißt, der hat zu mir null Verbindung und ich muss mich ihm einbringen in dem Moment. Und er muss verstehen, dass ich ihn retten und dass ich ihm helfen kann in diesem Rudel, wenn irgendwas passiert. Und das muss relativ schnell gehen und sehr genau. Und das habe ich gemacht. Und was man auf diesem Video nicht sieht, ist nämlich dann, dass wir dann aufstehen. Die Hunde gehen alle raus. Das heißt, alle Hunde gehen in den Außenbereich, nämlich da, wo es dann nicht mehr eng ist, wo sie sich frei bewegen können, wo sie 5000 Quadratmeter haben, um sich zu bewegen. Und da geht er mit raus und dann leinen wir ihn ab. In der 16. Sekunde hier auf diesem Video kommt es dazu, dass er ohne Vorwarnung, ohne irgendwas zu zeigen, in meinen Rudel reinbeißt. Das heißt, ich habe zwei Hunde vor ihm stehen. Das ist einmal ein Golden Retriever und ein Mix, beide sehr groß. Und er beißt komplett in den einen Hund rein. Das Doggy House hat öfter mit anonymen Beschwerden zu tun. Mit dem zuständigen Veterinäramt gäbe es aber einen engen Austausch. Der Hundebesitzer, der unerkannt bleiben möchte, will seinen Hund dennoch dort nie mehr abgeben. Ich trainiere jetzt mit meinem Hund, dass er die Angst verliert. Es ist auch schon besser geworden. Und ich kann jetzt auch schon wieder spazieren gehen mit dem Hund, ohne dass er Angst hat. Und dieser Hund hier, von einem anderen Besitzer, ist von Manuela Kessler nicht aufgenommen worden. Was ist das? Was? Das heißt, wenn der ohne Vorwarnung und genauso wie er es gemacht hat, ohne Zucken, in den Hund reinbeißt, dann beißt er mir auch in den Chihuahua rein. Und dann ist der Chihuahua tot. Und dann sitzen hier zwei Leute, denen ich erklären muss, warum ihr Hund tot ist. Die Rütteldose selbst soll auch zukünftig eingesetzt werden. Denn das Leben im Rudel ist eben anders als das Hundeleben bei Frauchen oder Herrchen, so die Meinung vom Doggyhaus in Offenbach.